Servus Leute, heute bin ich in der Grube, der X-Max ist auch mit dabei, heute wird geballert. Ich hoffe, dass er heute ein bisschen länger herhält, denn heute steht die große Testfahrt an. Ich möchte heute die neuen Lewis Räder testen und die neuen GPM Ritzel, die ich hier eingebaut habe. Und jetzt würde ich sagen, Akkus rein und los geht's! Ja Freunde, während ich jetzt hier die Akkus reinbaue, kann ich auch noch kurz was erzählen. Beim letzten Mal hat es mir ja leider die Ritzel zerrissen. Ich wollte eigentlich beim letzten Mal schon die Reifen testen, dann bin ich hier ja kurz eine Minute gefahren und nicht mal nach einer Minute waren die Ritzel leider kaputt. Jetzt habe ich mir ja hier von GPM welche eingebaut. Diese GPM Zahnräder, am Hauptzahnrad ein 50er Ritzel und als Motorritzel glaube ich habe ich jetzt ein 16er drin. Ist jetzt ein bisschen mehr auf Abzug geritzelt, damit man eben hier ein bisschen mehr Power hat. Jetzt muss ich bloß hier meine Gummiteile schnell darüber machen. Das muss man ja auch noch testen, das ist auch so ein Patent hier von TRC. Selbstgedruckte Bügel, damit kann man ein bisschen höhere Akkus reinbauen. Genau eigentlich so 1,5 Zentimeter und ich habe mir hier einfach so diese TPU-Teile gedruckt. Die kommen jetzt, wie ihr seht, kommen die da einfach hierher. Die drücken dann den Akku noch ein bisschen runter, damit man natürlich auch wieder die normale Größe oder die normalen flachen Akkus da, etwas flachere Akkus hier reinbauen kann. Das Ganze kommt hier rein. Bloß aufs Kabel aufpassen. Wie ihr hört, funktioniert wunderbar. Habe ich auch schon mal in einem Livestream gezeigt und das müssen wir ja heute auch noch testen. Mal schauen, ob das was taugt, was ich hier so wieder gebastelt habe. Wie gesagt, heute ist großer Test, heute ist Reifentest, die Louis X Pioneer will ich testen. Meine Akkufachbügel hier und die Ritzel von GPM, also haben wir heute auch so einen Ritzel-Test. Das kommt mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor hier mit dem Ritzel-Test, aber naja, Spaß beiseite. Ich hoffe echt, drückt mir die Daumen, dass das Fahrzeug hier heute ein bisschen länger hält. Weil schön langsam falle ich schon irgendwie echt vom Glauben ab. Also ich habe noch mit keinem Auto so viele Probleme gehabt, wie mit dem großen hier. Aber naja, jetzt schauen wir mal. Jetzt mache ich mal hier meine Plastikteile noch dran. Dann schauen wir mal, ob das Teil heute fährt. Und wie lang vor allem. Ja, der Dusty-Motor-Cover-Schutz darf natürlich auch nicht fehlen. Der kommt jetzt auch noch schnell drauf hier, damit das Ganze ein bisschen im Innenraum sauberer ist. So sieht das dann fertig aus. Wie gesagt, wenn man jetzt hier so in der Wiese fährt oder sowas, braucht man diesen Coverschutz hier von Dusty-Motors nicht unbedingt. Aber hier mit dem Sand hier, der ist ja dann überall. Und so bleibt es wenigstens ein bisschen sauberer hier. Jetzt gucken wir mal, wie er sich heute schlägt hier. Geschwindigkeit ist mir ehrlich gesagt bei so einem Monster Truck gar nicht so wichtig. Sondern, dass ich wenig Gas gebe, dass hier die Welt untergeht. Ja, und ich finde, der ist immer noch schnell genug. Ja, er fährt schon ein bisschen langsamer mit der Ritzelung. Das merkt man auf jeden Fall. Aber ich denke, vielleicht wird er durch den Motor nicht mehr so heiß. Der Regler muss natürlich nicht mehr so viel leisten, weil der Motor nicht mehr so viel Power braucht. Also gut für die Elektronik. Und ja, vielleicht hält auch der Akku jetzt ein bisschen länger. Ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt. Ich fahre jetzt gerade drei, vier Minuten. Jetzt gucken wir einfach mal, wie lange der Akku hält. Und dann schauen wir mal. Und dann schauen wir mal. Schaut euch das an, wie das ausschaut schon hier. Schaut euch das an, wie das ausschaut schon hier. Schaut euch das an, wie das ausschaut schon hier. Schaut euch das an, wie das ausschaut schon hier. Schaut euch das an, wie das ausschaut schon hier. Schaut euch das an, wie das ausschaut schon hier. Schaut euch das an, wie das ausschaut schon hier. Schaut euch das an, wie das ausschaut schon hier. Schaut euch das an, wie das ausschaut schon hier. Schaut euch das an, wie das ausschaut schon hier. Kein Problem, da muss man aufpassen, dass ich oben nicht drüber fliege. Heute ist keiner mit dabei, ich bin hier ganz alleine, heute durfte keiner raus zum Spielen, nur ich habe ich die ganze Grube für mich alleine, auch nicht schlecht. Ja bis jetzt sieht es gut aus, noch nichts zerrissen, Ritzel halten auch noch her, der Servo könnte ein bisschen mehr Kraft haben, bzw. der Servo-Saver ist ja ziemlich leicht eingestellt, damit der Servo nicht gleich wieder kaputt ist, das merkt man natürlich schon, wenn man dann aufschlägt, kann man nicht gleich lenken, aber funktioniert eigentlich ganz gut. Ja schießt einfach überall hoch, völlig egal, völlig egal was hier im Weg ist. Ja Freunde, so macht das Autofahren Spaß, so soll es eigentlich out of the box funktionieren, das Auto, so sollte das alles halten und Spaß machen, ohne Reifenplatzer, ohne Ritzelschaden, ohne irgendwelche kaputten Servos, einfach ballern. Das ist schon echt brutales Gelände hier, Freunde. Ja Freunde, kurzes Zwischenfahrt zum Bis jetzt schaut es eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, der könnte ein bisschen schneller sein, aber ich finde, das ist vollkommen okay. Da können wir jetzt noch ein bisschen mit den Ritzel spielen. Zumindest hält heute mal das Fahrzeug so weit her. Das ist doch mal eine coole Sache. Da kann ich endlich mal fahren damit und muss nicht die ganze Zeit nur reparieren. In diesem Sinne, machen wir die nächsten Akkus rein und weiter geht's. Ja Freunde, schaut euch das mal an. So schaut es jetzt auch in dem Auto aus. Deswegen habe ich bei mir hier diesen Dusty Motors Coverschutz drauf. Ein bisschen was ist trotzdem drin, aber dieser ganze Dreck hier, das ist natürlich alles hier draußen. Das wäre sonst alles im Fahrzeug. Vor allem, wenn die Lüfter hier mit so Steinchen sich zusetzen und sich nicht mehr drehen, dann ist die Kühlung weg. Dann ist das nicht so gut. Wenn man jetzt, wie gesagt, wenn man auf der Wiese fährt oder irgendwo auf einem festen Waldboden oder irgend sowas, da kommt ja nicht so viel Sand ins Getriebe jetzt hier, da ist es nicht so schlimm, aber hier bei uns in der Grube, da schaut es echt brutal aus, das Auto. Auch wenn man hier mal vorne reinguckt, hier schaut euch mal das an, hier ist alles zu. Das ist schon echt brutal hier. Naja, hilft ja nichts. So, neue Akkus sind drin. Weiter geht die wilde Fahrt. Merkt man gleich wieder, dass frische Akkus drin sind. Und voll Stoff. Kurze Reifenwäsche hier. Wow. 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 So, ich habe jetzt mal die originalen Räder draufgezogen, ich will das einfach mal probieren, woran das liegt, dass er jetzt so schwierig Wheelies macht, ob das jetzt an den schwereren Lewis Rädern liegt oder an der Ritzelung, jetzt schauen wir mal mit den originalen Rädern, ob das besser funktioniert mit den Wheelies, das beste Wetter habe ich mir heute nicht ausgesucht, aber was soll's. Also liegt definitiv an der anderen Übersetzung und nicht an den Rädern, jetzt fahre ich mal ein bisschen mit denen hier rum, probiere ich da mal ein bisschen. Definitiv ist der X-Mac schon echt ein brutales Teil. Oh Gott, Adrenalin Wasted, so mad I can't taste it, I know there's no turning back. I'll do what it takes when I'm making mistakes like that. I'll bleed on your face just to make you go take it back. I'll move my skin and go crazy when I'm back. Wapp, ha ha ha. I ain't gone with you, just don't fuck up real bad. Now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll do it, take smoke, I'm a poker, hold for you, choking's overdue. Ja, die zweiten Akkus sind jetzt auch leer, jetzt bin ich ein bisschen mit den originalen Rädern gefahren Und ich kann da ehrlich gesagt nicht viel Unterschied feststellen, ob jetzt der X-Max besser abzieht oder schneller geht Das ist eigentlich ziemlich gleich, genauso wie mit den Lewis Rädern Das einzige, was natürlich bei den originalen ein bisschen besser ist, die wiegen nicht so viel, sind leichter Und dadurch ist einfach weniger Gewicht am Antriebsstrang Aber so würde ich jetzt sagen, beide gleich gut Auch mit der Übersetzung, die ich jetzt habe, blähen die originalen Räder jetzt auch nicht so Hat man jetzt gesehen, die vorderen haben sich ganz wenig gebläht Oder sind ganz wenig gebläht Also viel, ja wie gesagt, viel Unterschied ist da jetzt nicht Ja Freunde, heute hat der X-Max echt gut mitgemacht Hat alles funktioniert, keine größeren Schäden Ich bin so froh, yes Endlich konnte ich mal ein paar Akkus hier durchjagen, ohne dass ich wieder Ersatzteile bestellen muss Das freut mich natürlich riesig Andererseits bin ich schon ein bisschen enttäuscht Dass man in dieses Fahrzeug, obwohl es so viel Geld kostet, erstmal so viel rein reparieren oder reinrichten muss Aber naja, wenn es jetzt wenigstens hält, dann bin ich ja zufrieden Und dann kann ich in nächster Zeit mal ein paar kleine optische Tuning-Maßnahmen ergreifen Oder hier und da noch ein bisschen was verbessern Zumindest ist das Fahrzeug jetzt mal so weit einsatzbereit, damit man mal ein paar Akkus durchlassen kann Jetzt heißt es erstmal putzen, ihr kennt das, ja, Akkus laden, putzen Heute habe ich ihn ganz schön dreckig gemacht Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch Bis dahin, haut's rein, servus, putzen